So, willkommen zu einem kurzen, ja, Blaschdoppstimmungsvideo, wie auch immer, und zwar geht es ja darum, dass es in ein paar Tagen schon Halloween ist, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das hochladen werde, aber irgendwann, ja, am 31. ist der Mittwoch, morgen oder übermorgen, je nachdem, weil ich das hochladen, kommt ja ein Halloween-Livestream von mir. Ich werde es diesmal durchziehen und nicht so wie letztes Jahr, ich hoffe, dass nicht so wie letztes Jahr wird in meinem Internet abschmiert. Ich, ja, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, was wir zocken werden. Ich gebe euch drei Spiele zur Auswahl, die mich wahrscheinlich eh komplett, ja, komplett vernichten werden. Das Gone Home werde ich auf jeden Fall zocken, das kenne ich, das ist schön zum Reinkommen, nur nicht so gruselig, aber mal zum Einstimmen, das werden wir auf jeden Fall zocken. Und das dauert auch nicht lange, das Game ist ziemlich kurz, dass ich so in Erinnerung habe. Auf jeden Fall spielen wir danach entweder erstens Layers of Fear. Das Innenspiel, das kenne ich schon, das wäre nicht blind auf jeden Fall, das würde ich mir auf jeden Fall antun. Dann natürlich als zweites Outlast, der Einzelteil. Den werde ich natürlich nicht durchspielen können, genauso wie ich glaube Layers of Fear werde ich auch nicht durchspielen können, aber ich werde es mir halt so weit wie möglich antun. Ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich von 20 bis 24 Uhr streame, aber ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage, oder ob ich dann einfach das Game change. Aber auf jeden Fall, von 20 bis 24 Uhr werden wir streamen am 31. Also am Mittwoch, am Abend und das dritte eben wäre der 2er Teil von Outlast, der wäre für mich komplett blind. Den 1er Teil habe ich mal als Let's Play gesehen, bei damals noch El PNico. Und Outlast 2 wäre für mich komplett blind, könnte ich mir auch antun. Und ja, wie ihr abstimmt, entweder ihr schreibt einfach das, was ihr sehen wollt, in die Kommentare, oder ihr klickt einfach auf das I im Video, das jetzt eingeblendet ist. Oder eben unten in der Videobeschreibung ist der Link auch nochmal zur Abstimmung. Dort könnt ihr abstimmen für 1 der 3. Und ja, dann werde ich mir mal am Mittwoch angucken, was ihr mir angetan habt. Und ja, wir sehen uns dann zu Halloween. Also, bis dann und auf Wiedersehen. Mal sehen. Vielen Dank.